das war da 6 Verrängt an dem Gefängnis an den Kippen, aber vor seiner Telle. verreckt direkt an der Gipfel coolere Kippen? ne, gibt es nicht coolere Schachteln nur Feuerzeuge ist alles nicht alles super sehr gut nachts muss das sein ja, perfekt, was für ein Film, fertig der kann als nächstes an den Start gehen so äh, machen wir hier gleich mal Casting ach scheiße ja, doch, dreht da andere Film ja, aber egal, muss der unterbrechen so lange ah ne, da sind ja ähm da spielt er ja gar nicht mit genau was braucht man denn hierfür noch Graveyard, U-Bahn-Walgong und Wildwest-Gefängnis da machen wir das doch gleich mal Graveyard gucken wir als allererstes da ist er der gute Graveyard was war das jetzt noch? U-Bahn-irgendwas? U-Bahn-Walgong? mh, ja, ja, ja und Wildwest-Gefängnis hier haben wir's da können wir das nämlich da gibt's Applaus da gibt's Applaus ane, kann er hier nicht ja nicht das hätte was wir vorher überlegen ja, ein bisschen, ein bisschen blöd ist es schon ne, ne ne oh, eine Toiletten ist dreckig, die sollen da mal sauber machen, verdammte Scheiße da ist dreckig da ist dreckig da steht's da steht's die Bahnhof-Klo Statisten braucht man noch zwei und Crew braucht man noch ja, ne, wir müssen noch warten bis der Film nein, da fehlt irgendwas Richard Hammett muss erstmal pissen what the fuck Hauptsache der geht jetzt erstmal pissen der muss halt auch mal ich hab, die sollen mal Eier machen so, wir müssen jetzt noch warten bis unser Film hier also, bis der Film fertig ist und in der Zeit, was machen wir in der Zeit? noch ein bisss sauber machen können wir ja mal Hier ist alles dreckig stehen jetzt die Leute davor auch mal nicht mit Peter oder Mann haben Paul Lohmann ein Aureaar weil es war noch bei Peter Enes mehr und Elke Urlaub die in der Drehbuchschreiben die chillen auch hart die müssen ja nicht haben wir nichts zu tun gerade doch ein bisschen Plan aber das ist 42 schon das ist ein bisschen scheiße der Welt mit 42 voll graus Haar und Halbglaze ja und läuft wie ein alter Mann die geoffelte ist schon okay mach mal was du willst ja moin du willst was? ne die kann nichts die kann ich nicht die soll mal ihren Film jetzt hier fertig machen ich will der dauert auch noch ewig du wird sagen wenn wir mit unserem gesehen haben beenden wir die Aufnahme finde ich ist ein guter Plan aber was machen wir in der Zeit man kann ja nicht ich kann ja nicht so alt und jemals machen schnellerer Vorlauf ja das ist ne gute Idee also bis wenigstens der hier oben danach kann man wieder normal machen ja Richard Hammond muss jetzt erstmal fertig mit der Toilette werden ja das ist ne ganz schöne Weile ob Sache der snackt sich in der Castingabteilung wird dringend ein Regisseur benötigt was? wo? was geht denn jetzt hier? hier wird dringend ein Regisseur ja ich weiß wir haben doch mit den anderen da den farbigen dann haben wir dem jetzt kreuzt sich das jetzt so sehr ja das hat sich jetzt so sehr gekreuzt dass oh der Star eines Konkurrenzstudios hat sich uns angeschlossen ja wo denn? da uff der ist fast zu schade ah 43 wieso denn nicht? wieso kann man denn keine Stars importieren? da na na ja Na dann stellen ein k da das war mal jetzt doch noch hat er nicht mehr irgendwie die gute Erfahrungen und Komödie ja das klingt jetzt erstmal als allererstes den Trailer ich werde der Trailer irgendjemanden 2 Seiten zu Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. Zwei Weisen? Ja. Ich dachte, zwei Weisen, was? Wie? Nein. Z-Bar, U-Bahn-Station, Stadtklasse. Vier neue Wagen. Cool. Achso, wir können aber... Ah, ne, da wird aber... Vergeht die Zeit aber nicht. Egal. Na los, mach doch mal Eier hier mit dem Film. Ich geh mal pissen. Viel Spaß. Ich mache, ich mache Eier. Ich, äh... Ja, überleg dir mal was. Ja. Lässt er mich da einfach sitzen. Na super. Hm. Ja. Richtig jetzt einen Plan, so... Würde ich ja was tun, aber... Ich bin grad irgendwie ein bisschen... Jetzt ist er noch mal gucken mit dem... Ne, wir sind ja auch völlig in der falschen Hälfte, um jetzt hier irgendjemanden zu importieren. Aber das wollte ich jetzt noch mal irgendwie angucken. Das kann ja nicht ganz koscher sein. Wie sind denn wir hier überhaupt? Das ist alles völlig zugebaut. Ich finde mich nicht zurecht. Runter, 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 runter. Ach, dann fickt er euch. Aha, hier. Nein. Oh, wen haben wir hier denn? So. Ah. Ah. Warte mal kurz, was kannst du? Ah, komm her, komm her. Action, Komödie, Sci-Fi. Oh Mann, das ist auch gut, aber ich weiß einfach nicht. Stellen wir dich jetzt ein, oder stellen wir dich jetzt nicht ein? Ah, feuern können wir dich immer noch. Ja, wir haben ja irgendwie ein bisschen Schmotte. Ja, ja, lauf nur. Da kriegst du noch einen Trailer, ne? Guck mal, ob die alle bewohnt sind. Wie sehe ich denn das? Ja, Martina Stender. Portia, Portia gibt's. Ein Nikolas Potts. Ne. Richard Hammond. Emily Winfield. Reporter. Ja, gut, dann bauen wir mal noch einen Trailer für unseren Neuzugang hier. Der sieht ja aus wie der oben drüber. Geht ja gar nicht. Der war gut. Ich wollte ihn nicht so stehen lassen. Ich verstehe doch nicht, warum das mit Stars nicht... Na ja, eben, das wollte ich probieren nur, aber sing nicht. War nicht irgendwie. Vielleicht muss man die irgendwie noch extra importieren oder sowas. Sagst du was? Jetzt können wir doch die einfach in unseren anderen Film stecken. Ne, jeder nicht. Da haben wir ja die Rollen schon besetzt im Drehbuch. Der Film ist fertig. Gleich. Ist fertig. Haben wir jetzt schon gesehen. Eben. Ne. Da war aber auch so. Ne, wir hatten nur einen Strich. Ach so. Ja, das war uns eigentlich nicht normal. Ja. Perfektes Aussehen. Na, na ja, wir haben. Die auch immer. Die ist so, jetzt schnell. Gleich rein da. Kosting. Dim, dim. Ja, haben wir natürlich jetzt Kindergäste. Ne, der Spieler mit. Spieler nicht. Einmal doch. Ja, dann leben. Martina Stender spielt jetzt irgendwie mit. Ist auch egal. Ist aber gar keine Kommune nach vorne. Oh, guck mal hier. Das ist auch schon der Film. Welcher, was sind das hier? Die Jolie sind. Jaja, die ist alle. Er hat sich alle erledigt, meine ich. Oh, jo, 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 jo. Der Film ist gleich noch, näher, keine Werte mehr. Wir sind Platz vier mittlerweile. haben uns gut hochgearbeitet so kann also kann man schon klingt er dauert es eine Weile progelesen das will ich gar nicht das willst du gar nicht das will ich kommen hier wird noch schön platziert bis ich nur was machen ja mal wie ungestalten Isabel wenn jemand importieren ich auch scheiße wenn man jemand oder wollen wir versuchen mit irgendeinem Handwerker ne ich glaube wir müssen die in diesem Star Maker dann müssen wir noch auf importieren klicken oder so was da sind die einbeziehen also das ist das was ich mir vorgestellt vorstellen kann ich will unbedingt Paul Urlaub in einem Spiel haben und die Elke Urlaub die heiße Schnitte müssen müssen wir dann in der nächsten Aufnahme sehen ich will noch mal sehen ich will noch mal sehen ne warte ich gucke selber ne ja warte ich gucke selber ja 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 nö die eine Duse hat mich vorn angeschrieben Serial wäre ob wir heute da hingehen wo wir sonst immer hingehen heute Abend mich hat auch ne Duse eingeschrieben ah vielleicht war das die selbe Duse ne 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 das kann sie irgendwie umschreiben irgendwie Intelligenz so dass da keiner drauf kommt auf euch ne ne da geht ein Blick zu ne 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 ich mag gar nicht so im Atom, das ist geil ne 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 jetzt hast du voll verraten ja war auch mein Gott jetzt sind auf Platz 5 ich weiß nicht ob ich da hängen willst ich bin schon spät jetzt oh na morgen ist ja ein Tag ja ein Tag morgen ist woher ist ein Tag ein Tag ja Platz 4 hey ja ja guck mal wie viele Sterne ne doch nicht ja ich dachte auch der hat irgendwie mehr bekommen jetzt dann am Ende Ah doch der dreht dann jetzt doch zur die die t das ist denn vor uns nur ich wollt das wäre so geil der Wazerkopf wenn die das ô aber Box Office halt hat hier 600 naja aber da kommen unsere Filme sind auch nicht so weit so weit weg von so viel 28 der läuft noch spielt gerade gut was ein in der Film aber ich wollte mal eigentlich in der Bewertung des Studios gucken sind verschwunden wieder gesunken, nee das geht ja voll schnell Richard Clement 10 bester Schauspieler der Welt den können wir gleich mal schnell zum Besten Studio Preise was bringt Preise achso die sie verliehen bekommen ja gut das Gelände ist nicht in gelbem Zustand Filme sind nicht so Superstars gehen, Kapital mwah viel hab ich mir nicht von einer Arbeitslose hier irgendwo rumflattern die hab ich eingestellt doch ich weiß es nicht mehr Arbeitslose hat mit Arbeitslosen gemacht einstellen ja ja Hilder ha da ist doch Paul Lohmann Lohmann arbeitet er schon bei uns ja auf jeden Fall steht er bei uns h h h h h h h wir haben wir sind auf dem Ort und ich bin immer wieder wunderschöne so ein bisschen behauptet bei ihr Prozent der kriegt das gleiche neuen Trailer in der Welt ist gleich erst mal alles was man so etwas mit der Ausstattung wir machen das lieber selber auch nicht was wir machen da hat er sieht so gut aus das richten wird so gut dass ich nicht weg die Ossie mit dem Sieg Paul gefällt mir aber nicht so ich glaube ich bin ja noch ein paar Hälfte oder meinen die Hälfte ist in keinem das ist mein schönes Gesicht